Liebe Helden von heute, liebe Falco Go School, Teilnehmer der Home-Challenge, wir haben uns zusammengesetzt in der Jury und haben aus euren Einsendungen die Gewinner bzw. ein Ranking hervorgebracht, das ich euch ganz gerne hier präsentieren möchte, und zwar in der Kategorie 2. Auf Platz 5 finden wir Alena Dagli mit Friends. Ich gratuliere. Platz 4 belegt Magdalena Nowak mit Take to the Hills. Auch meine Gratulation. Polina Kulesova mit ihrem Song Zwei kleine Italiener belegt Platz 3. Gratulation. Enia Neuwirt mit Invention No. 8 hat den guten zweiten Platz belegt. Gratuliere. Und auf Platz 1 finden wir die Alisa Berkowitsch mit Unforgettable. Ich gratuliere recht herzlich allen Teilnehmern und allen Gewinnern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Home-Challenge und ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr wieder dabei, wenn es heißt Falco Go School und wünsche euch jetzt ganz schöne Ferien und viel Spaß. Bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Jahr.